Äh? Sind wir hier? Äh, egal. Ah, perfekt. Wow. Ne, da kommt keiner. Huch. Stimmt, man muss ja auch nach oben gucken, ne? Nicht unbedingt nur nach unten, sondern auch nach oben. What the fuck? Balancieren. Ähm. Ja, nehmen wir einfach die Treppe, äh, die Leiter an der Treppe ist das ja nicht. Äh, gut, ja. Warum nicht? Die Musik passt hier richtig gut zu. Also, die Musik, da gebe ich 10 von 10 Punkten hier, dem Spiel. Weil die echt einfach nur gut ist. Alter. Ah. Okay, ne, doch nicht. Da sind wir nicht richtig. Können uns aber... Wow. Mal reinhangeln. Ach, da können wir rauf. Oh, okay. Boah, das weckt hier gerade alte Erinnerungen. Das habe ich... In dieser Szene war ich, wo ich damals mein erstes Headset gekriegt habe. Oh. Das freut mich jetzt gerade irgendwie. So. Wir rennen einfach mal hier die Wand hoch. Ah. Puh, wie machen wir das? Wir haben keine Taschen am Boden, oder so. Leider. Ach ja, fein. Einfach mal runter rennen, ne? Man hat ja sonst nichts zu tun. Weee. Ah, schade, da sind wir nicht dran gekommen. Wir könnten aber probieren, so daran zu kommen. Ah, wenn wir nicht runterfallen. Alter. Bisschen viel an, noch vielleicht. Ja, ja. Oder einfach ganz runter rennen, dann hat man nämlich gar kein Problem mehr, weil man tot ist. Puh. Yay. Halt dich da doch fest, du verdammte Kuh. Die springen nur da rüber. Okay, das ist es glaube ich nicht. Das bringt auch nichts, wenn wir uns dann da so ran hangeln. Aber ich könnte... Ah, wartet mal. Moment, ich muss das mal... Nein. Ich muss bei Ihrem Produkt nicht da ran zu hangeln. Vielleicht müssen wir entgegengesetzt in der Richtung. Also da, wo wir gerade versucht haben, auf das Ding raufzukommen. Ja. Ja. Schneid hier gleich immer meine Prüfbescheinigung für Fahrschule durch, ey. Boah, das macht mich... Das regt mich immer so auf, wenn wir irgendwo runterfallen, weil die Olle sich nirgendwo festfällt. Ne, so geht's nicht. Okay. Ach nee, warte. Wir wollten ja, genau, wir wollten ja hier hoch. Ja. So, und jetzt hier rüber. Aber ist hier irgendwo Koffer? Nee. Hoffe nicht. Okay, jetzt sollte eigentlich ein War-Run... War-War-War-War-War-War-War werden. Immer wieder aber leider Mist. Glück ist... Koffer? Wo denn? Kann ich hier überhaupt hoch? Nee. Aber wir können... ... ihn hier probieren. Ah, da sieht's... Wer ist November? Wer ist November? November, kenn ich nicht. Wieso ist das doch gerade... ...kradelein? Nö. Komisch. Manche kann sich kaputt schlagen und manche nicht. Logisch, logisch. Ah, fuck. Bald haben wir's geschafft. Ah. Ah. Sehe Sie. Ein Schafsschützen-Team überwacht dieses Gebiet. Sie können auf der anderen Seite wieder rein. Seien Sie vorsichtig, Faith. Alles klar. Boah, sieht das geil aus, ey. Wow. Yo. What the fuck? Da sind überall welche. Ah, da drüben nicht. Perfekt. Was? Wo muss ich denn da hinten? Oh, ihr wollt mich doch verarschen. Äh, ja. So, EMHP, EMHP. Ah. Oh. Eindeutig zu viele und zu gute. Ne, ne, im Sprung kriegt ihr mich nicht, ihr Saftsäcke. Ah, da kann man durch. Oh, das war Glück. Ich hab richtig gesehen, wie das Projektil da explodiert ist, hier. Was zum? Yeah. Haha. Sie schicken Verstärkung. Die wird ihnen aber nichts nutzen. Ich hab das Gefühl, wir hatten richtig viel aus. Die sterben schon bei einem Schuss. Die Cutters. Oh, ja. Hallo. Was ist noch einer da unten? Oh, ja. Bam, 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 bam. So, wie krieg ich den da hinten? Warte mal, wir können das. Vielleicht geht das, dass wir es da raufkriegen können. Schade. Hui. Wäre jetzt zu schön gewesen, um was zu sein. Ach, da oben. Wo ist er hin? Hat er Schiss gekriegt, oder was? Lapin.